Aus Ideen werden Lösungen. FAIR Lagerlogistik. Ganz im Sinne dieses Leitsatzes sind wir bei FAIR jederzeit bestrebt, unseren Kunden eine maßgeschneiderte Antwort bieten zu können. Die Identifikation mit dem jeweiligen Bedürfnis und die Nähe zum Kunden gehören zu unseren wichtigsten Erfolgsfaktoren. Gemeinsam mit dem Kunden entscheiden wir auf der Basis von Analysen der bestehenden Daten. Wie kann ein neues Lagersystem konzipiert werden, damit Raum, Zeit, Material und Personal optimal genutzt werden können? Diese und weitere zentrale Fragen werden bei uns im Team erarbeitet. Steht ein erstes Grundkonzept, macht sich unser Konstrukteur an die Arbeit und verfeinert das entsprechende Layout. Erkenntnisse aus Datenanalysen und Prozesssimulationen fliessen kontinuierlich mit ein. Egal ob Stahl, Blech, Glas oder andere Materialien. FAIR hat in jeder Branche die Möglichkeit, die ideale Anlagentechnik bereitzustellen. Dabei unterscheiden wir zwei verschiedene Kontensegmente. Der reine Kundenkreis ist der lagerhaltende Betrieb. Der braucht nichts anderes als ein Hochregallager mit viel Kapazität auf wenig Raum. Genauso, dass er seine Artikel unterbringt und seine Kunden so schnell wie möglich bedienen kann. Beim zweiten Kundenkreis ist es so, dass es der prozessintegrierte, fabrizierende Unternehmer ist. Dort müssen wir Systeme anbieten, die vollumfänglich in die Prozesse dieser Unternehmung integriert werden kann. Seit 1949 ist FAIR Innovationsführer und Schweizer Experte für Lagerlogistik. Aber nicht nur Schweizer Unternehmen werden mit innovativen Lösungen beliefert. Wir verfügen über ein weltweites Netzwerk. FAIR Lagerlogistik ist ein typisch schweizerisches Familienunternehmen, geprägt durch die typisch schweizerische Handhabung des Handwerkers in der Schweiz. Wir sind sicher, dass wir mit unseren Ingenieuren den europäischen Markt sehr gut erreichen und unsere Produkte dadurch hervorragend eingesetzt werden können. Nachdem der Konstrukteur und der Verkaufsingenieur die kundenspezifische Gesamtlösung entworfen haben, werden technische Details besprochen und verbessert. Ein erfahrener Projektleiter stellt sicher, dass das Lagerkonzept erfolgreich umgesetzt wird. Der bedeutendste Moment ist, wenn die Anlage beim Kunden erfolgreich in Betrieb genommen ist. Weil vorher hat man es nur auf Plänen und Zeichnungen und Visualisierung gesehen. Und so hat man die Gewissheit, dass die Prozesse stimmen und der Nutzen für den Kunden da ist. Wir können unseren Kunden optimalen Support bieten, da bei uns alles aus einer Hand stammt. Ein umfangreiches Ersatzteillager und moderne Ferndiagnosesysteme ermöglichen rasche und unkomplizierte Hilfe. Dann sind wir uns einig, der Monteur ist unterwegs, zwei Stunden bei Ihnen, hat die Ersatzteile bei sich. Und dann können wir das Problem so lösen. Danke vielmals, auf Wiederhören. Innovationsführer kann man nur sein, wenn man sich immer wieder mit zukünftigen Herausforderungen auseinandersetzt. Deshalb verfolgen wir bei FEHR klare Ziele. Im Moment sind wir daran, den internationalen Markt so gut wie möglich und so nachhaltig wie möglich zu bedienen. Das bedeutet für uns, dass wir in den übereuropäischen Märkten Standorte aufbauen, um unseren möglichen Kunden Sicherheit zu geben, auch nach einer Installation so perfekt bedient zu werden, wie es ein europäisches Unternehmen von uns kennt. Unser Maßstab ist der Nutzen unserer Produkte und Leistungen und das Vertrauen, das unsere Kunden uns entgegenbringen. Wir setzen uns dafür ein, dass bei FEHR weiterhin aus Ideen Lösungen werden. Wir setzen uns dafür ein, dass bei FEHR weiterhin 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 ein